wie ihr was gesehen habt so die Waffe da hat einen relativ starken Rückstoß obwohl er schon irgendwie hier mit mit dem ganzen Scheiß da spiele so ähm nee Tangos hat jetzt keinen Sinn zumindest viel da oben ist noch irgendwo einer direkt da oben ah die kleine Made ok ich spiel mal ein bisschen verstecken wenn der Bug drauf hat dann spielen wir mal mit dem na komm spring da hoch so und weg ist er so jetzt sollten wir auch hier ziemlich unsere Ruhe haben ah das war ein Snipertyp ok wieso war das jetzt damit ach du scheiße ich hoffe nur der Prophet wird nicht zum ZEF so lasst hier wohl unsere Jungs komm holen uns mit bitte sehr er ist tot roger rücke zum nächsten Geschütz vor was ist mit meiner was ist mit meiner Energie bitte sehr los so ich muss jetzt hier auf jeden Fall weg gleich weil mit das sind so viele mit dem möchte ich mich ganz anlegen da gebe ich mich lieber geschlagen ist hier nirgends ein Auto ok ich glaube ich kann mich jetzt hier schon äh nicht unsichtbar bewegen ist hier wirklich nirgends ein Auto oder so wieso warte ich geh zuerst dahin das ist bisschen näher gerade wo jetzt haben sie mich gesehen ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße so wo das Mörser Team ist da hinten ja dann komm gehen wir zuerst dahin na was man nicht alles für die Typen machen ne was man nicht alles für die Typen machen so ich schreibe mich jetzt gerade nur wo die sind da hinten ok versuchen wir mal weiter also Seth, Cell, Mörser Team alles durcheinander, Rebellen hier geht's ab gerade so ich schreibe mich gerade wie ich da reinkommen soll wahrscheinlich hier genau ne irgendwie nicht na dann weiß ich nicht soll ich mal ein bisschen schneller schwimmen weil es hat mich auch noch so ein komisch gerät von diesem Seth aber wichtig aber natürlich auch scheiße so warum kann ich nur so kurz laufen das ist doch scheiße aber jetzt geht es wieder ein bisschen länger ok sind wir jetzt gerade ernsthaft im Beschuss von einem Seth vom Pilsen sich deshalb in die Hose ok das war der letzte ok können wir bestimmt gleich gebrauchen ne jetzt wollte ich doch gerade gar nicht so die ist besser ich wollte eigentlich die Munition ne aber die kann ich anscheinend auch nicht gebrauchen so wie kann ich die jetzt mit Wiese markieren machen die das jetzt kaputt hoppla er macht das kaputt so schau mal die machen das mal gucken und ich habe schon fast wieder keine Pfeile mehr sind hier vielleicht noch irgendwelche ne aber da ist ein Lasergewehr so ein Pinchgewehr wieder das können wir gebrauchen der ist fast das ist fast genauso gut wie unser Wogen aber halt nur fast so ich würde dann sagen wir gehen jetzt zum eigentlichen Ziel hier links ach du scheiße wie soll ich denn da durchkommen hab ich mir jetzt aber noch gar keinen Gedanken drüber gemacht wir gehen jetzt mal hier zur ersten Deckung aber war richtig hässlich da da also markieren wir mal alles so ich versuche jetzt mal hier durchs Wasser zu schwimmen da könnte natürlich klappen muss ich nur aufpassen dass ich auch wirklich unter Wasser bleibe uiuiui das kann ja was ganz lustiges werden da sind sogar zwei von den Gesellen ich glaube wer sich jetzt hat Ziel da erfasst das weiß ich mal nicht davon sehe ich aber noch nichts die können irgendwie meine gesamte Energie auf den Kopf stellen das ist natürlich scheiße komm geht kaputt das scheiße halt kein Bock irgendwie ach drücke was war da ok ich bin jetzt hier gerade ein bisschen unsicher scheiß drauf ey lauf 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 die Dinger da sind irgendwie unsterblich das ist doch voll für den Arsch wobei ich warte mal ich hab ne Idee wo bist du die Drecksdinge war ich bin grad okay dann stressen wir die Dinger da doch ein bisschen würde ich sagen ok den Muni haben wir genug aber was war das ok der suckt mich so hart Leute alter was ist los was ist los was ist los dieses Teil suckt mich ja so hart wenn ich ehrlich bin dass ich jetzt einfach folgendes mache du bist du bist doof hier schluck das ach du hast noch immer nicht genug oh ich bin tot alter war das schön scheiß boah jetzt bin ich wieder hier ganz im ernst na egal wir machen jetzt mal folgendes wir holen uns jetzt nochmal dieses Raketenwerfer ding da hab ich ex also jetzt warte mal explosive Pfeile erstmal explosive Pfeile waren diese hier so dann holen wir uns Munition voll ok das ist natürlich doof ähm können wir jetzt hier noch Standard Munition nein aber ich sie mal die Waffe mit dieser damit kriegen wir zumindest einen kaputt und den anderen machen wir dann mit C4 ja mach ich dann gleich so hier ist Wasser bisschen tiefer das ist gut für uns boah hier haben wir noch so ein Teil perfekt so äh Visor mal gucken was die jetzt mit dem Teil machen kaputt oh das ist ja cool kann ich den auch noch markieren Merfers Mörser los oh ich war kassaden im Plan Modus der ist auch weg Mörser leer ok das ist aber wahrscheinlich wieder der Letzten der sollte eigentlich kein Problem für mich sein hier haben wir noch so ein Teil ok ist kaputt so ok dann holen wir uns jetzt noch die Ladungen falls uns noch so ein Teil begegnet ok ich glaube wir sollten ja seit nicht hier frei durchgehen können ach die Panzer da sind auch ganz oh Gott oh Gott oh Gott so drehen wir es mal um ob da noch irgendwie was ist ich glaube aber nicht dann holen wir jetzt mal wieder diese Spitzen diese oder ne ich hol mal diese hier wir haben jetzt noch zwei Pfeile nur noch die sind hier vielleicht irgendwo Pfeile in der Nähe ne aber Nanosuit upgrade alles klar hier sind noch irgendwie zwei Gegner was ist da unten neues Video aber brauche ich jetzt nicht aber guck uns mal an das scheint wohl ein Auto zu sein oder wie da unten ok dann hier haben wir noch einen Gegner ein Minenfeld und irgendwas mit einer Koordination ok jumpen wir jetzt mal hoch gucken wir uns diese Scheiße hier ok wir haben uns ja jetzt gesehen eben kein Plan wer das sein soll aber wir haben hier eh ein kleines Problem so hier scheint wohl jetzt keiner mehr zu sein das heißt hier können wir uns erstmal äh unbeobachtet ausgeben so jetzt sind halt nicht so eine Rakete ganz willkommen weil ich glaub wir haben grad keine zweite Waffe aber auch hier haben wir sogar noch ein bisschen Muni oh ist das da die Waffe die ich denk ist das diese Alien Sniper oh so da ist ein Pfeil von uns deshalb hack ich jetzt mal das Gerät dann können wir dorthin so ich glaub wir können da rüber aber irgendwas greift uns immer noch an ich weiß noch nicht was wenn da grad die Waffe ist wie ich sie in Erinnerung hab Leute haben wir grad die geilste Waffe aus dem Spiel gefunden ich glaub das ist sogar die aber wir haben fast keine Muni dafür ne ja ja das ist definitiv die Waffe aber ich schau mal jetzt mal trotzdem das hier weil das ist bisschen besser wenn ich hab fast keine Muni mehr dafür ne ok ich würd mal sagen mein Gott hier muss man echt aufpassen wo man runter springt ich hätte eigentlich gedacht da würd ich locker runter kommen aber hast du gedacht hast du gedacht falsch gedacht so ok ok die Muni da haben wir schon mehr wie genug alles klar ich würd mal sagen diesmal gehen wir ein bisschen anders vor diesmal nehmen wir direkt das Geschütz so dann müssen wir nur ganz kurz warten bis das Geschütz seine Arbeit vollendet und dann war es das so Geschützmarsch ähm hier muss ich freigebomben kommen bitte sehr so so eben nachladen gut die Munitionskiste ist jetzt ein bisschen zu weit weg ok holen wir wieder Pfeil und Bogen raus ich denke das ist ein bisschen effektiver und schwer warte ich mich gerade erschreckt ich würd ja ehrlich gesagt ganz ruhig